Wir sind heute mal beim Friseur mit Claudine oder Claudia und sie wird heute, sie hat sich heute auf eingelassen, eingelassen, dass sie eine Kurzhaarfrisur kriegt. Und ihr seht, ich käme schon durch, sie hat so leicht lilane Haare, selbst eingefärbten Haargrader und jetzt sind sie schon langsam schön. Und ich habe jetzt hier so meinen Spray und das sprühe ich jetzt hier schön da drauf. Das ist ein Feuchtigkeitsspray und das findet man in jedem Shop. Bei mir ist es übrigens nur Wasser, weil ich kann mein echtes Feuchtigkeitsspray nicht, wenn er eine Monsteriliter ausgibt. Und man sieht schon, dass sich die Farbe von der Haarkreide an meinem Kamm löst. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Falls ihr das sehen könnt, ist es ja ganz schön gut. Da oben noch ein bisschen. Und wow, sind die Haare schön durchgekämen. Jetzt vielleicht nochmal ab. Sie wurden schon mal gekürzt vor mir. So ein Dreieckschnitt. Vielleicht können wir das erkennen, wie bei Kiyomi. Das finde ich extrem schön, aber man muss sich auch mal was dran. Weil danach waren die Haare richtig schön wieder. Aber jetzt sind sie auch schon besser. Aber sie wollen kurz sein. Dazu habe ich meine Schere dabei. Die feuchte ich jetzt auch leicht an. Und ich schneide. Ich probiere es mal wieder. Und ich würde sagen, so kurz. Erstmal. Ich nehme mir vielleicht doch noch ein. Nee. Oder? Ein Haargummi? Nee, lassen wir es auch noch ein Haargummi. Oder ich komme mir vielleicht doch noch ein Haargummi. Hier habe ich sein genanntes Dehn-Haargummi. Ähm, das war ein richtiges Ding dran. Und das setze ich jetzt einfach mal hier so an. So eine Schultern-Mittellänge. Machen wir so Schulternlänge etwa, ja, Ohrenmenschen. Ja, das würde so schön hinkommen. Und das war noch schon richtig schön. So viel wird jetzt erstmal abgeschnitten. Das geht gerade gar nicht, irgendwie. Das geht gerade gar nicht. Das wird doch gar nicht so leicht. Du hast richtig dickes Haar und es ist extrem schwer da durchzuschneiden. Jetzt wird es am Anfang ein bisschen ungerader, aber wenn die dann kurzer sind und feiner, dann kann man besser schneiden. Die werden jetzt wirklich so ungefähr Schulternlänge, vielleicht ein bisschen länger. Puh, zum Glück nicht kürzer. Wieso habe ich mich bloß darauf eingelassen? Ähm, gerade sind voll in Kurzhaarfrisuren eigentlich noch kürzer. Und so, wenn die kommen in meinen Salon und in Kurzhaarfrisuren lieber einmal gefährt oder anders, dann kann er sich das zutraut. Ich finde dich echt, echt mutig. Und ich habe sogar mal Hollywoodstar. Wo war ich denn geblieben? Ach, vergessen. Jetzt werden sie ein bisschen gerade noch geschnitten. Und jetzt öffne ich sie mal. Und ja, doch, sehr schön gerade. Aber viel kürzer sind sie jetzt auch nicht. Oder? Schreib mal erster Versuch. Ähm, mittel, okay, sehr kurz. Und dann kann ich kurz oder kurz oder voll lang oder lang. Und jetzt ist der zweite Versuch. Und heute ist mal wieder ein Tag, an dem ich mich entschuldige. Und jetzt habe ich mich entschuldigen muss. Denn ich habe lange keine Videos mehr rausgebracht. Mir tut es super, super leid. Aber ich schaffe es einfach nicht mit meinen Hausaufgaben, mit den ganzen Schneiden und dann alles noch vor den Videos aufzubauen. Meine Kamera, okay, das ist nicht so schwer, aber meine Aufhellerung, also meine Lampen, sage ich mal, die speziellen, alle noch hinzustellen. Ist gar nicht so schwer, aber trotzdem ist es extrem anstrengend. Ihr merkt, heute habe ich keine Lampen. Ähm, das ist auch ein bisschen schade, ich weiß, aber muss halt so sein. Irgendwann. Ihr seht bestimmt, dass mir Haare schneiden sehr viel Spaß macht. Und ich das super gut kann. Ähm, kann ich leider nicht. Ich schneide jetzt einfach mal so durch. Oh, hat geklappt. Ich nehme die mal zu mir. Oh mein Gott, hier sind so viele Menschen, äh, Monster-Haare. Stell mir vor, es waren Menschenhaare. Sieht aus wie Menschenhaare. Ehrlich. Jetzt kommt deine schöne Strähne weg. Deine rote. Okay, ich glaube, ich habe dich ehrlich gesagt nur für hässliche. Ich schneide hier mal an meine Puppe rum. Einfach mal so. So, meine erste oder meine zweite. Meine zweite Puppe war das. So, einer der ältesten. Habe ich weiß nicht mit wie vielen Jahren gekriegt. So, ich habe mein erstes Pack war mit Claude und Draculaura. extrem schwer zu schneiden. Ich hätte nicht gedacht, dass Haare schneiden so schwer sind. Mann, diese Friseurs verkaufen sie immer ihre Scheren. Also meine ist auch so. Sehe. Tolle Schere. Verkaufen sie bitte. Okay, wir sind ja auch keine Haarscheren. Okay. Noch nicht so gerade. Jetzt noch das Überschüssige. Ja doch, es wird schöner. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber hier sind... ...viele überschüssige Haare. Hätte ich doch bloß mein Licht aufgebaut. Da würdet ihr es dann sehen. Aber es ist jetzt auch nicht so schlimm. Ich bin jetzt ja auch kein Frisur. Wie ihr alles möglichst gut sehen müsst. Und sie ist ja auch keine Dame, die alles schön haben muss von ihren Haaren. Und ich weiß, dass ich niemals Frisur werden kann. Okay, vielleicht hätte ich es auch mal gelernt. Aber... ...mehr hätte es ehrlich gesagt keinen Spaß gemacht. So, Leute, die Haare wegzuschneiden. Ja doch, die sind schön. Ist wieder so ein Dreieck geworden. Hier so ein bisschen lang, vorne kürzer. Aber wie findet ihr die? Hinten so ein bisschen länger und vorne kürzer. Ich setze sie mal hier hin. Also, ich finde sie jetzt ganz schön eigentlich. Und gleich wird noch etwas mit deinen Haaren passieren. Wir werden sie nicht einfärben. Aber wir werden etwas ganz Besonderes mit denen machen. Erstens hole ich mir irgendwas, wo ich diese Haare reintun kann. Äh, vielleicht eine Tüte. Das wäre doch mal gar nicht geschickt. Eine Tüte, die ich nicht befinde. Leute, ich finde leider keine Tüte. Okay, dann legen wir so lange die. Ich habe auch keinen Bock aus meinem Zimmer zu gehen, ehrlich gesagt. Das ist das eigentlich. Legen wir mal die Haare weg. Okay, das ist für mich. Ich sollte vielleicht auch in die Küche gehen und dann Tüte machen. Ach, egal. Ich habe aber sowieso bald gestaubt. Und wann sind wir jetzt in die Haare raus? Hä, wo ist dieser Fleck da? Ah, hier. Und jetzt kommt sie mal wieder heran. Und ihre Haare finde ich extrem schön. Oh, hier sind sie ein bisschen lang. Hand weg. Und jetzt sind sie eigentlich im Ganzen sehr schön geworden, finde ich. Ihr könnt es vielleicht nicht ganz so gut sehen. Aber hier sind sie länger. Und die Seite kürzer. Das ist auch voll schön. Gerade schön im Trend. Und Sie sehen jetzt, es ist keine richtige kurze Versuch. Schreibt in die Kommentare, mega lang. Lang. Also eins von denen, die ich aufsage. Mega lang, lang, mega kurz, kurz, mittel, mega mittel. Und voll die kurze Frisur. Du hast sie voll hässlich geschnitten. Und doch, die sind schön geworden, finde ich. Mir gefällt es irgendwie gerade voll extrem. Und ich bin gerade an der Frage, ihr Pony steht ihr ja voll. Aber ohne Pony würde sie auch toll aussehen. Aber wenn ich das abschneide, sieht es glaube ich nicht mehr so toll aus, wie ich sie hochdrücke. Und ich kämmer sie noch richtig schön. Uh! Die Kamera ist hier kaputt. Ich muss ständig mit meinem Handy drinnen. Oder mit meiner Vlog-Kamera. Aber dann ist sie das auch wie ein Vlog. Oh mein Gott, sind die schön. So langsam gefällt es mir. Also wenn ich sie, die stehen voll so kurze Haare. Aber die sind so, die passen. Du erinnerst mich an Zorlei. Jetzt werden sie nochmal aufgenässt. Dass sie wieder schübsch aussehen. Und also wie in einer Dusche. Also richtig schön. Doch, doch. Jetzt sind sie halt nass ein bisschen. Aber doch. Nein. Sieht schön aus. Ich glaube, hätte ich jetzt, wäre ich ein Friseur. Hat sie vielleicht schöner gemacht. Aber es würde ähnlich aussehen, finde ich. Ähm. Ich habe ihr gesagt, da wird noch was anderes mit denen gemacht. Nass gemacht wurden sie jetzt. Und jetzt nochmal schön durchgekampfen. Und das war es dann eigentlich auch. Ich finde, es hat sich gelohnt. Jetzt trocknen sie dein Gesicht mit dem Haargummi ab. Und, oder mit deinen Haaren nicht was. Und es finde ich total hübsch. Ich gehe nochmal näher ran. Und jetzt dürfte sie so fünf Minuten anschauen. Und ich räume so lange nicht mehr. Oder ich räume ohne euch auf. Ich habe mich gerade im Spiegel angeschaut und fand mich extrem schön. Willst du vielleicht noch deine Haarklumpfen mitnehmen? Mit deinem Haargummi? Ja, bitte. Packst du es mir ein? Klar. Ähm. Willst du vielleicht ein Stückchen? Ja, klar. Hier. Setz dich drauf. Wow. Es fühlt sich ganz anders an. Ähm. Soll ich vielleicht die Haare nochmal durchkämpfen? Ja, das wäre schlau. Weil hier habe ich noch ein bisschen Staub drin. Und weg ist es. Wow. Jetzt komme ich näher. So sieht sie jetzt aus. Und ich habe noch ein bisschen nachgeschnitten. Bis hier war es noch ein bisschen lang. Und, ja. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.